Ah, hallo, hier ist euer Robert, Box 28. Ich weiss jetzt nicht, was hier los ist. Los, hierher. Wir gehen rein. Okay. Fertig? Los, hier entlang! Ja, dann nehmen wir halt an und machen das nochmal. Mit einem Coop-Partner. Ja, ja. Ja, ja. Das lädt. Das lädt. Jetzt das ganze nochmal. Hallo, mach jetzt die Tür auf. Fertig? Ah, der ist jetzt. Die Ausluft. Schlöss mich, löst dich. Ich hab alle aufs Milch gelenkt. Mach hin! Stirb. Hast du das gehört? Ja, kaum aber gerade zu tun. Ich hab auch zu tun, nämlich nicht zu sterben. Gleich geht's dir besser. Hier rüber! Ich bin auch gleich am Boden. Ein Franzose. Ah, ja. Ich hab die Schnauze voll von dem Heli! Schalt ihn aus! 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 Ich werd ihm folgen! Komm zu uns Fiona! Das ist dein Befehl! Schalt ihn aus! Der Upschrauber wird auch abstürzen. Schalt ihn aus! Jaaa! Geil! Oh! Geil, du in Ordnung! Schalt ihn aus! Jaja, geil! Geil, du in Ordnung! Geil, du in Ordnung! Oh! Oh, sexuell ledig! Du hast Scheiße gebaut. Fiona! Ich bin okay. Ich... Ja. Ja. Ganz halt. Nehmt eure Waffen und geht, wenn ihr euch weigert. Hm. Wie hübsch sie ist. Ich weiß nicht, ob ich mich beherrschen kann. Du wirst keine ruhige Minute mehr haben. Was machen wir nun? Wir wollen Fiona zurück. Sehr gut. Du bist echt der Beste. Ich schläge mich durch die Häuser hier. Ich brauche Munition, Alter. Jaja. Jaja. Geh weg. Du scheiß Wechs. Geh weg. Bist du mit. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ja, wir müssen da lang. Ja, ja, bis gleich.